ähm, da kommen wir mal ganz kurz hier, klack und dann nehmen wir uns hier mal den weg, den weg und den behalte ich, dann kann das hier noch rein das behalte ich auch äh, obwohl, zwei Stapel brauche ich jetzt auch nicht so zu dem kann ich dann auch das hier reinlegen momentan, das da kann auch da rein momentan, das da kann da rein momentan das ist alles Zeug, das brauchen wir momentan gar nicht das ist ja genau so, eigentlich brauche ich das gar nicht, alles gar nicht ich brauche nur das, das war's schon Zombies? nur, keine Zombies na gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter wir waren beim Stripper Mining beim Strippen in der Mine er hat Strippen gesagt, das ist nicht jugendfrei nicht? ok, gut dann guck meine Videos nicht, was? äh, so Finale Fantasie sein, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Schlagt mich mal nicht aus Falschen. Nein, tut's bitte nicht. Ich erzähle immer aus Falschen, dann werde ich immer geschlagen. Lalalala. Mir ist auch aufgefallen, momentan, also das Deforested's Plane, das kommt ja richtig gut an bei euch. Da ist ja momentan, also da muss ich gestehen und so. Also da bin ich... Das ist doch nicht Final Fantasy, oder? Deep True Full. Keine Ahnung, was es ist. Die Aufnahme geht... Also ich bin zufrieden, ansatzweise, mit der Aufnahme. Jetzt haben wir hier wieder dieses komische... Hier waren wir in diesem komischen Gang drin. Okay, ist aber nichts. Natürlich komme ich jetzt ausgerechnet daraus, wo das Holz ist. Das heißt, wir müssen hier erstmal durchgraben. So. Und weiter geht es. La 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 la. Schnell von den Spinnen weg. Ich weiß nicht, wo die sind, denn es ist mir auch relativ egal. Hauptsache nicht bei mir. Ah, hier ist der Gang, wo wir vorhin waren. Okay. Wo wir dann gesehen haben, dass wir... ...irgendwas über uns haben. Verstehe. Uh, da ist Eisen. Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich frage mich gerade, wo die Spinnen sind. Die habe ich ja vorhin schon die ganze Zeit gehört. In dem Gang da unten. Aber irgendwie finde ich die nicht. Ist mir auch relativ egal. Spinnen sind sowieso nervige kleine Relatoren. Darum von mir aus können sie bleiben, wo die Lava wächst. Äh, da bin ich übrigens auch gerade. Da, wo die Lava wächst. Das sehe ich gerade. Blup. Dann wollen wir mal. Und schauen wir mal, was hier hinter dem... ...gravel ist. Ah, okay. Hier ging es vorhin nicht weiter. Äh, vorhin. Ja gut, doch für euch. In einer der letzten Folgen für mich gestern. In dem Sinne ungefähr vorhin. Ungefähr vorhin. 1945. Ah, das war vorhin. Stimmt, ja. Da erinnere ich mich. Ähm. Ich will mal ganz kurz hier durchschauen. In der Hoffnung, wieder ein paar geile Rohstoffe zu finden. Da ist meine ich jetzt eigentlich eher so das Gold und das Diamant. Aber auch Eisen nehme ich gerne. Auch das lohnt sich. Und das hier will ich auch mitnehmen. Da ist man ja dann doch nicht wählerisch und sagt sich, Hey, nehm ich. Gekauft. So. Äh, da kann ich auch mal durch. Äh, uh. Schmeiß weg brauchst du nicht mehr. Schmeiß weg. So, hier noch. Wo kam ich jetzt lang? Ah, hier. Hier kam ich durch. Das heißt, ich grabe mich hier weiter durch. Bis zum nächsten hin. Dann ist mal schon, was da kommt. Was ich uns da in den Weg stellen möchte. Ach, Logo, Lava. Ja, klar. Mein alter Freund Mick Fluffy die Lava. Bis. So. Dann grabe ich einfach hier in die Richtung weiter. Und auch da, meine lieben Freunde, ist mein... Hm. Es war die Lava. Mein Erzrival ist seit Ewigkeiten. Ich umgrub sie geschickt, wie ich war. So. Einmal durch, drüber gegraben. Da sind drei Gänge, drei, äh, drei, drei, äh, Gänge mit drei, kann Satz nicht aussprechen. Da sind drei Gang hoch, drei Block hohe Gänge natürlich ziemlich gut. Da kann man dann sowas da machen. Wenn ihr jetzt theoretisch auch einen Gang einfach drüber graben könnt, ist ja auch egal. Kann man machen, wie man möchte. Lava, Lava, Lava. Aber wegen der Beständerin hinsichtlich ein Lava. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ist an der Stelle dann doch mal hier vorbei. Wie weit fließt die noch? Soweit. So. Dann graben wir uns hier zurück. Was haben wir denn hier noch so in der Erdung? Da sehe ich schon wieder die ersten Eisenherze. Die ich natürlich begierig mitnehme. Und hier hört es gar nicht mehr auf den Redstone. Auch das soll mich nicht trüben. Das macht auch Spaß. So. Warum rede ich heute eigentlich so geschwollen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da recht gut gelaunt. Ich bin in Hochform, möchte man sagen. Oder in Tiefsform. Ich weiß es nicht. Kommt das hoch vor dem Tief oder der Fall vor dem Hoch? Was? 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 So, weiter geht's. Ich strippe in der Höhle. Oh. Oh. Ähm. Na gut. Dann gehe ich einfach mal. Ich gucke mal hier. Was ist es? Ach ja. Okay. Da haben wir das. Ah okay. Ja. Gut. Dann kann ich ja theoretisch eigentlich. Ach so. Na klar. Hier ist ja dann schon der Gang wieder. Der neue. Hier war dann der Gang. Den ich davor gegraben habe. Kann ich ja theoretisch. Eigentlich jetzt so. Wenn ich schon mal dabei bin. So. Auf die Art und Weise zurückzugraben. Oh. Hier. Guck mal. Kann ich ja theoretisch eigentlich hier weiter graben. Oh. Alter. Wie viel Eisen. Alter. Wie viel Eisen. Mein Paradies. Guck mal. Noch ein bisschen Erde. Guck mal. Was hier so ist. Vielleicht fühlt sich ja doch. In einem Erdhäufchen. Das ein oder andere Diamantchen. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Oh. Fein. Was für Erdriesen. Was für riesige. Ansammlungen von Erde. Das der meiste sind. So. Muss man aufpassen. Wenn ich nicht in die Lava reinklatsche. Oder so. Weil ich unten mehr wegrabe. Achso. Hier ist gar nicht so Lava. Hier ist es einfach nur. Ende im Gelände. Hier ist einfach nur Ende im Gelände. Na gut. Trotzdem möchte ich mich hier mal ein bisschen durchgraben. Das füllen wir mal auf hier. Und ich höre immer noch die Spinnen. Ich weiß nicht wo die Spinnen herkommen. Aber ich höre sie. Und ich glaube hier finde ich keine Diamanten mehr. Ich werde genau jetzt hier während Diamant. Oh aua. So. Okay. Ich wollte mich gerade hier. 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 Hier wollte ich mich durchgraben. Dann machen wir mal hier den Weg durch. Und überlegen mal. Aber was könnte man denn noch spannendes im Let's Play euch erzählen und schrecklich mitteilen. Ist das jetzt die richtige Höhe? Nee Dude. Ich muss noch einen hoch. Äh. Wir wollen ja hier auch die Höhe einhalten. Sonst kommt man ja drüben irgendwie anders raus. Ähm. Was könnte man denn noch so spannendes im Let's Play. Was passiert momentan so auf der Welt? Habe ich ja hier im Let's Play. Habe ich ja hier im Let's Play. Was passiert momentan so auf der Welt? Habe ich nie über den Film von Kim Jong umgeredet? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber schon, dass ich darüber geredet hatte. Bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Aber ich will, ich lasse es mal, wenn ich das doppelt erzählen auch durfte. Ich glaube aber ich hätte darüber schon erzählt. Bin mir jetzt gar nicht so. Wenn ich nicht, wenn ich es nicht haben sollte, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben, wenn ihr meine Meinung zu dem Film haben wollt. Und äh. Ja. Äh. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Keine Ahnung. Ähm. Ja. Was gibt's noch so? Ich hab, ja, auch interessant. Ich wohne ja momentan hier in Österreich. Ja, das erwähne ich jede Aufnahme glaube ich. Ähm. Und da wohne ich ja in einem Tal. So. Und da ist zwei, ja, zwei Jahre im Monat. Genau. Zwei Jahre im Monat ist da keine Sonne. So genau. Genau das wollte ich sagen. Zwei Monate im Jahr ist da keine Sonne. Und da war heute das erste Mal, ich habe heute das erste Mal seit zwei Monaten wieder Sonne. auf Arbeit gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. Zwei Monate. Es war schrecklich. Es war grauenvoll. Aber es macht. Dann freut man sich natürlich umso mehr. Wenn man es dann endlich mal sieht und denkt sich so. Oh. Toll. Wunderschön. Und naja egal. So. Wir haben uns anscheinend irgendwas rausgekrabbelt. Ist noch 100%. Ah war mir doch klar. Ich kenne deine Spielchen du Mine. Ich weiß genau wo du dein Zeug versteckst. Ich bin mir sicher ich werde jetzt innerhalb der nächsten 20 Blöcke Diamanten finden. Warte. Das waren jetzt ungefähr 10 glaube ich. Ja. 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 Habe ich es doch gewusst. Keine Diamanten. Habe ich doch von Anfang an gesagt. Ich werde innerhalb der nächsten 10 Blöcke. Ja. Also das habe ich von Anfang an gesagt. Da lass ich jetzt auch nicht mit mir streiten. Hallo. Gut. Da ist nichts spannendes mehr. Auch hier ist dann eher. Ne Runde nichts. Das tun wir uns auch wieder abgrenzen. Und dann gerade hier mal gleich zurück. Und hoffen wir dass wir hier noch ein bisschen was finden. Aber. Es sieht sehr mager aus dieser Aufnahme. Wir haben erst 5 Diamanten. Also das ist äh geht nicht. Ja. Alter. Wir sind schon wieder Kies geschwaden. Das kannst du keinem erzählen. Auf der Seite brauche ich ja nicht suchen. Auf der hier. Weil da haben wir ja schon die andere. Dings. Aber. Auf der Seite. Hier kann man da ruhig mal. Mit der Schaufel durchkrabbeln. Leider sagt diese dann. No. Find nichts. Und äh es geht weiter. So. Jetzt sind wir hier durch. Mal kurz. Mal kurz. Mal gucken. Mal kurz. Mal kurz. das ist auch nicht schlecht wir finden sicherlich eine menge zeug okay weil ich einmal gerade an der leiter bin mache ich gar ganz kurz ausflug nach oben und schaff alles weg wir finden sicherlich eine menge zeug aber es ist meiner meinung nach es ist meiner meinung nach alter und das war also geht er gar nicht zu wenig gold wir haben gefunden 45 und 6 gold mehr gold wäre schön muss ich gestehen mehr gold wäre durchaus schön das ja alles rein so und dann die würde da wieder voll sein na ja klar dass wieder alles voll und und klack das ist auch gleich voll jetzt ist auch die kohle voll das heißt ich mache mal zu hier ich habe ein bisschen angst dass mir gleich was auf den kopf springt die spinne wäre zwar jetzt nicht durch die züge kommen aber es gibt ja noch mannigweilige andere kreaturen die sich denn denken und 49 durch 9 ergibt keine ja ich würde sagen durch sieben wäre es gegangen aber durch 9 dann wurde er doch nicht so da haben wir wieder besorgen war ja auch gerade ein redstone okay und ach ja klar die diamanten weg und das ist auch voll jetzt schon alter alter